ja hallo und herzlich willkommen hier zu einem weiteren täglichen booster ich habe mich mal schlau gemacht das neue force of will set erscheint am 26 november und heißt spiel der götter und wie gesagt es gibt bei diesem set auch wieder zwei starter decks die sind separat erhältlich finde ich eine tolle sache weil die starter decks hatte ich wirklich vermisst so heute geht es wieder los mit einem feuer zauberstein ich habe so das gefühl wir haben hier am meisten feuer zaubersteine dann eine resonator spielmarke vom typ zombie zuflucht von asmodeus gefallener engel des mals zuflucht von belial da brauche ich gar nicht mal den text lesen das erkenne ich schon am artwork beatrice fluch ist auch ein schönes artwork muss ich sagen ich liebe ja generell so anime figuren mit flügeln und ja das könnte man sich hier sogar tätowieren lassen dann haben wir kthulhu schwarm da werden köpfe rollen dann eine rare karte jagender engel und unsere holo heute ist super rare es ist eine super rare der vierte segen letzte reue schwarze tränen auch wieder richtig hübsches artwork liebe generell diese full art karten und bei force of will sehen die einfach alle genial aus ihrer egal ob das jetzt eine super rare marvel rare oder eine normale ist ja die holo karten sind generell immer full art und sehen einfach nice aus ja dann bedanke ich mich bei euch wieder fürs zuschauen und wenn die kamera fokussiert und wenn ihr wollt sehen wir uns in der nächsten folge wieder okay leider kein fokus aber trotzdem vielen dank fürs zuschauen und bis zum nächsten mal